So guten Morgen Freunde, wir sind hier gleich unterwegs. Nach Stuttgart wird wild. So guten Morgen Freunde, wir sind auf dem Weg nach Studi, Stuttgart. Er schläft mit offenen Augen. Nächstes Essen zahlt es jemand. Ich zahl niemals. Wir sind reingekommen, erstmal frühstücken. Scheiß Sinan. Tech Boy. Oh shit. Das Beste wird... Wir fahren alle gerade zu dem Restaurant im Pforzheim von unserem Bruder Baris. Wir drehen dort das 1000 Euro Burger Video. Danach gibt es den schärfsten Burger der Welt Challenge. Die schärfste Burger der Welt Challenge, wo die Zuschauer sich betteln können und Cash gewinnen können. Es wird wild. Wenn ihr irgendwo aus der Nähe kommt, stürmt den Laden, Freunde. Aber ohne Akas. Bruder, einfach zu wild. Ich markiere den Laden. Bisschen Burger essen. Was geht da, Leute? Was geht da, Leute? Was geht da, Leute? Es war wild. Das Video mit dem tollsten Burger der Welt war auch wild. Ich küss eure Ehre. Und ich danke meinem Bruder Sinan, der stabil an der Seite war. Und allen anderen, dem Majestic Keck und Abu Dhabi Al-Julo und dem Homosexual Guy Nikoslav. Wir haben Videos gemacht zu dem schärfsten Burger der Welt und zu dem teuersten Burger der Welt auch. Das wären litte Videos, Leute. Viel Spaß noch. Wir sind in ein Hotel angekommen und wenn ihr dachtet, Niko ist ein Homosexual Guy. Schmuhl. 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 Vielen Dank.